Ein Koffer Wörter Gereimtes und Ungereimtes Weltabholt Als den Augen wag die Weltabholt und Händengläser aus den Fingern glitten, rasch das Kehrblech hergeholt als Scherben in die Jugend schnitten. Zigaretten atmen, klammern wurde, aus Polarstern mitleidloser Blick, aus tausend Wundern nur absurde Schnurren oder netter Fick. Als Horizonte weit und kleiner waren, Rosen tausendfach erschwinglich, Fahrt verlassen seien ein Wieder, Paaren anzustreben, weil man's mag. Als jede Playlist funktional belegt und Argumente endlos absolviert, da haben wir uns überlegt, das war's und Netflix abonniert. Hi, Matthias hier. Ein einziges Auf und Ab diese Woche, nicht wahr? Ich hoffe, ihr allerbesten Kofferradschas und Kofferinos der Welt habt euch keine Sorgen gemacht, denn natürlich geht es mir sehr großartig. Ich habe einen Computer, ein Mikrofon und ein paar im Durchschnitt sehr erträgliche Menschen um mich herum. Es stört mich nur sehr weniges und das Wenige ist auch nicht mehr geworden. Doch genug vom alten Zausel an meinem Computer. Wie geht's euch denn? Wie geht's dir? Heute meinte eine Freundin absurderweise, dieser Lockdown mache ihr zu schaffen und als ich gerade anfangen wollte, freundlich über den etwas lahmen Witz zu lachen, merkte ich, es war ihr ernst. Was ist denn los mit euch? Habt ihr denn vergessen, wie scheiße diese Primaten werden können, wenn sie einem zu nah auf die Pelle rücken? Und wie sie stinken? Ich meine diese furchtbaren Aftershave-Typen, bei denen man ja nicht mal meckern kann, weil sie es wahrscheinlich gut meinen. Oder noch furchtbarer die, die sehr stark nach Schweiß riechen und du kannst es ihnen nicht mal sagen, weil du stinkst, ist einfach kein irgendwie noch okayer Kommunikationsinhalt. Ich kann mich an Abende nach einem langen Arbeitstag erinnern, an denen ich erst beim Zähneputzen vorm Spiegel meinen Eigengestank wahrgenommen habe und dachte, fuck, das mussten die um mich herum den ganzen verdammten Tag ertragen und wollten mir wahrscheinlich dreimal vor die Füße kotzen vor Ekel, haben es aber nicht gemacht, weil sie nett sein wollten und oder in gewisser finanzieller Abhängigkeit standen. Puh, aber jedenfalls gibt's alles gerade nicht. Zoom stinkt nicht. Man kann sich sogar lustige Katzenmasken übers Gesicht animieren, wie letztens dieser Anwalt bei der Gerichtsanhörung via Zoom in Amerika und er wollte partout keine Katze sein, konnte es aber auch nicht ausstellen. Das ist mit den Reimdingsis auch oft so. Sie wollen eigentlich was ganz anderes sein und kommen so gravitätisch abgefuckt Gottfried Ben mäßig daher oder wälzen so spätromantische Metriksteine vor sich her und Bums schleicht sich ein Ficken in die zweite Strophe ein und die Sache geht steil bergab bis auf mein eigenes Niveau. Kiste mit Käfer Es klemmt ein toter Käfer in der Kiste Voller Stoff für meine Reime Würdevolles Wesen ist ihm fremd dem kleinen Sack Er drängt sich dauernd auf die Themenliste Dabei sind wir uns lebend nie begegnet Weder hat er mich mit zartem Flügelschlag beehrt Noch hätt ich je ein Mensch-Meets-Käfer-Date begehrt Doch jetzt werd ich mit seinem Rest gesegnet Käfer Besser Panzer aus Chittin Denn viel mehr ist da nicht von ihm Was ist genau dein zombiehaftes Sinnen Mich zu hindern seriöses Reimen zu beginnen Dein Memento Mori ist mir fremd Und auch der vierte Blick aufs Leichenhemd Der trockenen Kreatur Löst bei mir nur gedehntes Gähnen aus Das wenig Ende kennt Ich würde ihn entsorgen Heute Abend noch Doch allerspätestens morgen In ein kleines Loch Doch klemmt er in der Kiste Wo ich auch die Liebste Zwischenlager Und die müffelt noch Lass mal kurz noch über Clubhouse reden Ja, ich weiß, nervt Ist bald vorbei Und dann machen wir MySpace wieder auf Oder jeder hat ihre eigene Mailbox Zum mit Modem einwählen Und alle freuen sich über die schlechten alten Zeiten Ich bin da jedenfalls heute Morgen Vier, fünf Minuten nach dem Aufwachen In ein Literaturgespräch reingestolpert Und sofort pingt mich einer auf die Bühne Und sagt Was meinst du denn dazu, Matthias? Und also Das ist nicht mehr mein Internet Das war wie früher in der Schule Nur dass meine Schule zum Glück so mies war Dass wir die LehrerInnen anpingen mussten Damit vor Ende der ersten Stunde Überhaupt irgendwelcher Unterricht geschieht Aber zurück zu diesem Literaturkreis Auf Clubhouse Um gefühlt fünf Uhr morgens Da ging es irgendwie um Jona und den Wal Und ich musste sehr erschrocken feststellen Dass ich diese ganze Geschichte noch auf dem Zettel hatte Über Jona Und warum er in diesem Fisch rumhocken musste Und da muss ich ganz ehrlich sagen Chapeau evangelischer Kindergarten Honebrockhüffen werfen Ihr wart zwar eine echte Fundi-Truppe Und sowas wie die Hölle und der Teufel Sowas war für euch noch voll real und so Aber Ihr habt uns die Story auch wirklich reingebimst Alle Storys Hut ab Ich sag mal Unnützeswissen.de Aber so richtig Und ich stell mir gerade vor Dass es da draußen vielleicht so ein, zwei Leute gibt Die ernsthaft alle 80 Koffer-Wörter-Folgen gehört haben Und denkt mir nur Leck mich am Arsch Vielleicht gibt es Gott ja doch Aber eins ist mal sicher Bei ihrem Pensum hat sie die 80 Folgen garantiert nicht alle gehört Und eine Bewertung bei Apple Podcasts hat sie auch noch nicht geschrieben Obwohl sie garantiert ein iPhone hat Slash Hätte Wenn es sie denn geben täte Also Gott Kindchen Bewertungen und so Die sind wichtig Und wenn du keine Zeit hast Sowas lässt sich delegieren Schon mal darüber nachgedacht? Könnte man den ganzen Christen-Podcasts mal so richtig Fame verschaffen? Und mir vielleicht auch Wünsche euch ein tolles Wochenende Und bis Rosenmontag Tschüss Es sind mir die Worte geflohen Der dichterische Instinkt Geblieben sind Bibelgeschichten Und noch diese Kiste Die stinkt Die sind wichtig Und noch diese Kiste Die sind wichtig Und noch diese Kiste